Silbereisen Show hätte fast abgebrochen werden müssen. Mehr als 100 Sendungen hat Florian Silbereisen bereits moderiert. Nicht immer lief alles nach Plan. Auch am Samstag konnte der Moderator nicht ohne Probleme durch den Abend führen. Am 1. Juli flimmerte Florian Silbereisen mit dem Schlagerboom über die Bildschirme. Der 42-Jährige präsentierte die Show zum ersten Mal unter freiem Himmel, im Stadion Kitzbühel. Mehr als drei Stunden führte der Moderator durch den Abend und begrüßte Gäste wie Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Beatrice Egli und die New Angels. Ein Künstler jedoch hatte seine Teilnahme am Schlagerboom kurzfristig absagen müssen. Stefan Zauner von der Münchner Freiheit fehlte. Solche Änderungen können nicht vermieden werden, gehören zu jeder Live-Show dazu. Ein Loch ins Programm riss die Absage des Musikers nicht. Dem Publikum vor Ort und den Zuschauern vor den Bildschirmen fiel der fehlende Show-Act kaum auf. Regenchaos bei Schlagerstrand-Party Anders jedoch war es in der Silbereisen-Sendung zwei Wochen später. Am 15. Juli wurde die Schlagerstrand-Party aufgezeichnet. Auch dieses Mal lief nicht alles nach Plan. Die Produktion hatte jedoch nicht mit fernbleibenden Künstlern zu kämpfen, sondern vor allem mit dem Wetter. Statt Sonne bekam die Schlagerstrand-Party Regen. Wie DWDL.de berichtet, musste die Aufzeichnung wegen des Unterwetters, das über die Location in Gelsenkirchen hinwegzog, zeitweise unterbrochen werden. Etwa 30 Minuten mussten die Zuschauer vor Ort warten, bis die Sendung weitergehen konnte. Wir werden das Unwetter nicht aus der Show herausschneiden. Doch neben dem Publikum im Amphitheater werden auch die Fans vor den Bildschirmen von der Misera nicht verschont bleiben. Wir werden das Unwetter nicht aus der Show herausschneiden, erklärt MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann auf Nachfrage von DWDL.de. Wir zeigen, wie das Unwetter die Show durcheinandergebracht hat. Normalerweise werden die Sendungen von Florian Silbereisen live übertragen. Dieses Mal hatte man sich aber für eine Aufzeichnung entschieden. Für den Sender Glück im Unglück. Ansonsten wäre es gar nicht möglich gewesen, die gesamte Show bis zum Schluss live zu übertragen, so Dreckmann. Somit wäre die Schlagerstrand-Party wirklich fast ins Wasser gefallen. Doch nun kann das Musikspektakel am 12. August um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden.